Hallo Leute und willkommen hier bei meAppleCat. Heute bauen wir mal ein kleines Klemmbaustein Set von der Firma DECOOL. Die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Davon habe ich das ultimative Batmobile schon mal gebaut. Ich blende es euch hier oben mal ein. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ein cooles Set allerdings. Das Batmobile war eine Lego Kopie. Das hier ist keine Lego Kopie. Also kenne ich auf jeden Fall nicht. Das ist soweit ich weiß eine Eigenentwicklung von DECOOL. Von daher völlig legal und gibt es dann sogar auch bei Amazon zu kaufen. Wie immer verlinkt alles hier unten in der Videobeschreibung. Das ist die Set Nummer 3373. Hat insgesamt 253 Teile und nennt sich Mountain Motorcycle. Also ein Motor Crossrad und da ist sogar ein B-Modell mit dabei. Die Größe kann man hier unten sehen. 32 Zentimeter wird das Teil lang. Und auf der Rückseite sehen wir das B-Modell. Das ist dann so ein ja so ein Stuntbike oder wie nennt man die Dinger mit denen man da rumhüpfen kann über die ganzen Hindernisse. Finde ich jetzt optisch ehrlich gesagt relativ uninteressant. Aber das A-Modell, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus hier mit. Sieht man hier mit echtem Kettenantrieb, wie das ausschaut. Es gibt einen Ständer, den man ausklappen kann. Ja, also ich bin gespannt und dann würde ich sagen packen wir das Ding mal aus und legen los. Und so wird uns das ganze Set hier präsentiert. Ihr seht, wir haben hier einen ganzen Karton, den wir rausziehen können. Da sind dann die einzelnen Tütchen drin mit den Bauteilen. Soweit ich das hier sehen kann, haben wir keine Bauschrittnummerierung. Aber bedruckte Teile, das ist schon mal sehr gut. Klar bei 253 Teilen, da kann man durchaus mal auf die Bauschrittnummerierung verzichten. Einen Teile-Trenner haben wir hier auch drin. Der sieht verdächtig nach Lego aus. Und ja, noch ein Tütchen, also 1, 2, 3, 4 Tütchen. Dann haben wir hier die Felgen von unseren beiden Rädern. Ja, die sind, ich sehe stellenweise schon ein klein bisschen vermackt aus, aber sonst schön silbern. Doch, das sieht okay aus. Und dann haben wir hier noch die Reifen, schön fettes Offroad-Profil. Und ja, die machen einen guten Eindruck. Wobei der hier, der ist ein bisschen aus der Form geraten. Na, mal sehen. Ich denke, das kriegen wir schon hin. Und dann haben wir hier noch unsere Anleitung, ein kleines Anleitungsheftchen. Und mal schauen, wie sich das hier darstellt. Ja, also sehr bekannt, wie hier alles gezeigt wird. Ist das hier vielleicht doch ein Lego Set? Freunde, schreibt es mir mal in die Videobeschreibung. Ich glaube nicht, dass es das hier von Lego gibt. Habe ich noch nie so gesehen. Aber das sieht schon irgendwie alles sehr Lego mäßig aus. Zumindest hier von der ganzen Aufmachung. Wir blättern mal flott durch und müssten ja irgendwo hier dann mit dem A-Modell fertig werden und dann auf das B-Modell kommen. Wobei, nö, hier ist also wirklich nur das A-Modell drin. Das B-Modell kann man sich wahrscheinlich dann runterladen. Keine Ahnung. Also, ihr seht es, 57 Seiten. Dann ist hier das Motorrad fertig. Unser Motorcycle. Und ach ja, genau, hier haben wir einen QR-Code. Da kann man sich die Anleitung dann für das B-Modell herunterladen. Okay, sehr schön. Das schaut doch alles gut aus. Dann fange ich mal an zu bauen. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen gebaut. Und wie man sieht, habe ich auf meine obligatorischen Tellerchen verzichtet. Aufgrund der ja doch sehr geringen Teileanzahl. Einfach alles hier ausgeschüttet. Ja, da hat man genug Überblick. Was ich jetzt schon gebaut habe, ist hier ja ein Teil vom Rahmen. Das sind solche Technik-Liftarme, die da mit Pinnen zusammengesteckt wurden. Hier wurde mal eine Achse durchgesteckt. Und ja, das geht alles gut. Also die... Ups, ich bekomme es gar nicht raus. Hier diese Technik-Pinne. Ich zeige es euch mal eben kurz. Davon haben wir einmal hier die kleinen schwarzen dabei. Die halten echt gut. Also ich bekomme den hier gar nicht mehr so einfach rausgezogen. Auch den hier... Ne, bekomme ich nicht mehr so einfach raus. Also von der Klemmkraft her, der Pinne und so, ja, ist das soweit alles gut. Dann mache ich mir wenig Sorgen, dass da was auseinanderfällt. Und dann haben wir hier noch ganz cool gebaut den Motor. Wir haben hier einen Zweizylinder, wie man unschwer erkennen kann. Und ja, die cool hat sich mal gemeint. Machen wir einfach mal hier ja die Motorblöcke transparent, damit man hier später auch schön sieht. Moment, ich drehe es mal ein bisschen. Da könnt ihr das erkennen, wie sich hier die verschiedenen Zylinder, also die beiden Zylinder hoch und runter bewegen. Damit man nicht nur hier oben dann immer das kleine gelbe Nippelchen sieht, das hochkommt, sondern auch gleichzeitig hier erkennen kann, wie sich die Zylinder bewegen. Das ist eine nette Idee, finde ich. Ist eine schöne Idee. Ließ sich auch gut bauen bisher. Also von den Teilen macht das einen ordentlichen Eindruck. Was mir hier jetzt aufgefallen ist, wenn ich mal auf den Druck gucke, dachte ich zuerst, oh, der ist aber nicht so in Ordnung. Der sieht hier so ein bisschen abgewetzt aus an manchen Stellen, aber das muss so. Denn das ist so ein bisschen Used-Look, der hier mit reingebracht wurde. So, wenn ich mir die Drucker anschaue, sehen die eigentlich gut aus. Da kann ich nicht großartig meckern. Auch hier Asphalt Champions Board. Sieht gut aus. Also auf jeden Fall viel, viel besser, als wenn hier irgendwelche Lego Style Aufkleber mal wieder drauf kämen. Also es gibt gar keine Aufkleber hierbei und ich bin immer wieder verwundert, wie die billig China Hersteller das hinbekommen, hier alles so schön aufzudrucken. Und der Premium Hersteller Lego, der knallt einen da immer mit irgendwelchen Aufklebern zu, selbst bei den richtig, richtig teuren Sets. Da könnten die echt mal, ja, sich ein Scheibchen von abschneiden. So, also, soweit bin ich ja noch nicht gekommen. Ich bin hier übrigens erst auf Seite 6. Da sieht man es mit dem Motorblock. Also mache ich noch mal weiter. Wir halten fest, von der Teile Qualität und von der Bauanleitung und von dem Bauen selbst, der Klemmkraft, bisher alles gut. Ja, Obacht und mitgedacht heißt es hier. Ich habe mich gerade, ich will es gar nicht sagen, dreimal verbaut, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich träge die Augen heute nicht richtig auf. Einmal habe ich vergessen, das Teil hier noch vorne anzubauen. Dann habe ich bei dem Zusammenbau von dem Teil hier, was hier schön gezeigt wird, habe ich das irgendwie falsch rumgesetzt. Und naja, auf jeden Fall, ich musste hier mehrfach hier hinten diese Konstruktion mit diesem langen Liftarm, der hier unten befestigt wird, nochmal rausnehmen und konnte dabei den Teile-Trenner mal, ja, ein bisschen ausprobieren. Und ja, hat gut funktioniert, glücklicherweise. Und ihr seht schon, wie weit ich gekommen bin. Das hier ist, ja, wie nennt man das, der Motor, der jetzt im Rahmen drin sitzt mittlerweile. Und wir haben auch die, ja, den Antrieb quasi. Also hier haben wir ein Zahnrad drin sitzen, hier dieses schwarze. Ich hoffe, man kann es sehen. Und dann hier dieses kleine Beige auf der Achse. Und wenn ich jetzt hier mal an der Achse drehe, dann kann man sehen, oder ja, doch man sieht es, dass sich jetzt hier dann die Zylinder nach oben bewegen auf beiden Seiten. Ja, aber viel mehr sieht man dann leider doch nicht mehr hier vom transparenten Motorblock. Also nicht so viel, wie ich gedacht habe, weil der noch ein bisschen mehr umbaut wird. Aber dennoch, glaube ich, sieht man mehr, als wenn das Ding jetzt hier komplett silbern wäre. Ja, also funktioniert auf jeden Fall soweit. Und das ist gar nicht so einfach, hier die Teile auseinander zu bekommen. Was allerdings gut ist, hier an der Anleitung, ihr seht, wir haben hier immer solche Darstellungen von den kleinen Achsen zum Beispiel. Und die passen. Die passen 1a, also 1 zu 1 Abbildungen. Da kann man sich eigentlich, ne, da kann man sich eigentlich gar nicht vertun, wenn man die Euklein aufhält. Und hier haben wir nochmal so einen ganz großen Liftarm. Den lege ich hier auch mal drüber. Und ihr seht auch hier, jo, passt das Ganze. Also soweit, alles gut. Die Komplikationen, die kamen hier von mir, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Und naja, weiter geht's. Da fehlt ja noch eine ganze, ganze Menge an meinem kleinen Motorrad. Also. Eine Sache wollte ich vorhin schon erwähnen, was die Anleitung betrifft. Was mich zum Denken dringt, das hier ist doch keine Lego-Anleitungskopie. Denn dafür ist die nicht, ich sag mal, kindgerecht genug. Denn man muss hier ab und an mal richtig mitdenken. Wie zum Beispiel, ich zeig's euch mal, wo mir das zum ersten Mal aufgefallen ist. Genau, das war hier bei dem Bauabschnitt. Da muss man nur zwei schwarze Technikpinne verbauen. Und man bekommt gezeigt, ja, wo der eine reinkommt, aber wo der andere reinkommt, das bekommt man nicht gezeigt. Klar, jeder, der nicht total, äh, sage ich Banane ist, der sieht, das kommt auf die andere Seite dann logischerweise. Aber was ich meine, es gibt keinen extra Pfeil, der nochmal dorthin zeigt, sondern ist ja klar, der eine kommt hier rein, der andere muss auf die andere Seite rein. Und genau das Gleiche haben wir hier bei dem Bauabschnitt 20. Das sind auch nur fünf Teile und dann wird hier was reingesteckt, zusammengesteckt und, äh, ja, dann dachte ich, da fehlt noch irgendwie ein Teil. Denn ich habe jetzt hier nur die beiden blauen Pinne und diese weißen kleinen Liftärmchen hier verbaut. Aber hier die Achse, ja, die wird mir nirgendwo angezeigt, wo die jetzt hier reinkommt. Also Suchbild, Suchbild, ah, da war sie gewesen. Und da musste man dann noch hier die Achse mit einstecken. Von daher, ja, das ist, glaube ich, hier wirklich, kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, ein DECOOL-Eigenbau. Oder, das haben die sich selbst ausgedacht oder eingekauft als Mock oder irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall keine Lego-Kopie. Soweit bin ich im Übrigen gekommen. Hier habe ich schon die ersten bedruckten Teile angebaut ans Heck. Dann haben wir hier schon mal den hinteren Stoßdämpfer reingebaut. Und, ja, der Rahmen, der wurde mittlerweile auch noch weiter ausgebaut. Es lässt sich bisher immer noch alles gut bauen. Also mache ich direkt weiter. Kaum setzt man hier das Hinterrad an, sieht man, dass das Teil ganz schön an Größe gewonnen hat. Also macht schon ein wenig was her. Und ich könnte es theoretisch fast schon aufstellen. Denn hier unten habe ich schon den Ständer angebaut. Das ist das Ding hier. Den kann man dann hochklappen. Und wenn man dann, ja, anhält zum Abstellen, kann man den auch runterklappen. Also Ständer ist dran. Aber viel interessanter ist doch einmal hier das Hinterrad. Denn wir haben dort, ich drehe es mal eben um, da seht ihr das hier ein riesen Zahnrad mit dran. Und hier vorne noch ein kleines Zahnrad. Da wird wohl nachher die Kette drüber laufen. Ganz klar. Die liegt noch hier hinten in Einzelteilen. Freue ich mich schon drauf, die zusammenzubauen. Und was hier auch noch ganz schön zu sehen ist, wir haben hier nochmal zwei kleinere Zahnräder. Und wenn ich das jetzt hier irgendwie hinbekomme, dass ich das mit einer Hand drehen kann, dann kann ich hier an dem Zahnrad drehen. An dem unteren, das greift in das obere. Das treibt dann hier unten das Beige an. Und das geht dann hier auf die Zylinder. Und die Zylinder gehen hoch und runter. Also schön. Schöne kleine Mechanik, die hier eingebaut wurde. Und das Ganze wird dann wohl auch später über die Kette angetrieben. Denn das untere Zahnrad hier, das hat sein Pendant hier auf der anderen Seite. Und da kommt die Kette drüber zum großen Zahnrad. Und schon können wir nachher rollen. Und die Zylinder, die bewegen sich dann mit, wenn alles gut geht. Und so weit ist alles gut gegangen. Ich will es gar nicht sagen. Zum Glück sieht man es im Zeitraffer nicht. Ich habe mich nämlich schon wieder verbaut gehabt. Und zwar ganz am Anfang. Da habe ich hier vorne diesen mittleren Liftarm, ja einen zu langen eingebaut. Also das musste ich dann auch noch mal korrigieren. Ich bin heute echt nicht in Form. Meine Güte. Aber egal. Jetzt kommt dafür, weil ich mich so oft verbaut habe und hier so schlecht mich konzentriere, die Strafarbeit. Jetzt wird hier die Kette zusammengebaut aus 39 kleinen kleinen Kettengliedern. Jawohl. Also ran an die Arbeit. Die Kette sitzt allerdings, ihr seht, ein bisschen wubbelig, ein bisschen locker. Je nachdem, wie man sie dreht. Im Rückwärtsgang sieht es gut aus. Im Vorwärtsgang, ja, also es funktioniert, aber sie ist ein bisschen locker. Da könnte man vielleicht sogar noch ein Teilchen rausnehmen. Was mir hier noch passiert ist beim Zusammenbau dieser kleinen Teilchen. Ihr seht ja schon, wie die zusammengesteckt werden. Ich nehme noch mal so ein Ersatzteil. Da habt ihr eben hier diese zwei Nupsis und die kommen dann immer hier in die Häkchen rein. Und das steckt man zusammen und zusammen und zusammen. Und ja, hier seht ihr, drei von diesen Nupsis liegen, denn die brechen auch gerne mal ab. Von daher ist es gut, dass wir hier noch ein paar Teilchen als Ersatz mit dazu haben. Ich habe hier noch vier Kettenglieder über und von daher alles gut. Ich dachte schon hier, wie die mir weggebrochen sind. Ei, 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 da gibt es gleich Probleme. Aber nö, alles gut soweit. Und passt, sitzt, ließ ich leicht hier drüber ziehen. Alles wunderbar. Und dann haben wir hier noch mal gebaut den Auspuff. Und ich höre schon quasi, was das für ein kleiner hellröhrender Auspuff hier ist. Und vor allem, dass der, ja ihr seht, die Heckverkleidung wegschmelzen wird, wenn da wirklich was rauskäme. Also über die Platzierung, da würde ich mir noch mal ein bisschen Gedanken machen. Aber egal, Auspuff ist auf jeden Fall dran. Hier mit dem silbernen Schlauch dann und einem Technikpin einfach da unten eingestöpselt. Und hier die nächste, ja der nächste Schlauch, der hängt auch schon hier vorne. Der wird dann später noch irgendwo befestigt. Und die bedruckten Seitenverkleidung, die habe ich hier auch schon dran gebaut. Also es nimmt echt Formen an, hier unser Motocrossbike. Und hier hinten die Federung, ja die ist jetzt auch dran. Und wenn ich jetzt mal, ich gucke mal, ob das schon gut geht, einfach mal ein bisschen hier runter drücke. Ja wunderbar, da sieht man, wie die Federung hier funktioniert. Federt echt schön ein. Doch, gut, gut, gut. Also macht echt Spaß hier das Ding zu bauen. Ist mal was ganz anderes, als immer nur hier die ganzen Autos und so zu bauen. Einfach mal ein Motorrad, ein Zweirad mal zur Abwechslung. Ich bin übrigens auf Seite 38 und das bedeutet, wir haben insgesamt noch, na wo stehen wir denn? Ja bis zur Seite 57, noch 19 Seiten vor uns. Von daher weiter geht's. Und hier sind noch die restlichen Teile. Übrigens hier den Reifen auf die Felge zu bekommen. Das hat auch schön funktioniert, aber das war auch mein guter Reifen. Denn hier ist ja der verformte. Ich bin mal gespannt, ob der sich da schön in die Form dann einfach rein drückt oder ob es da Probleme gibt. Wir werden es sehen. Ich habe dann mal eben flott die Frontgabel gebaut. Jawohl, so sieht sie aus. Mit den beiden Stoßfängern vorne, die auch, lasst mal schauen, die auch gut funktionieren. Also sehr weich mit den Federn. Und auch hier mein Rad, wo ich mir etwas Sorgen gemacht habe, weil der Reifen ja leicht verformt war. Ne, der hat einwandfrei hier drauf gepasst. Da steht nichts ab. Alles gut. Wunderbar. Und das wurde dann hier zusammen gesteckt und kommt jetzt gleich hier an das Motorrad ran. Und zwar haben wir hier die Aufnahme. Da wird dann noch eine Achse durchgeschoben. Ja, da wird eine Achse durchgeschoben, denke ich. Und das kommt dann mit dem Teil hier hier so dazwischen. Und dann ist das Motorrad auch schon fast fertig. Jetzt hätte ich fast Mofa gesagt. Oh Mann, also heute bin ich ja wieder... Na egal. Also ich baue das Ding jetzt noch fertig zusammen. Ihr seht, da liegt nicht mehr viel rum. Und dann schauen wir uns das Endergebnis an. So. Und fertig ist unser Motor Crossrad. Und ihr seht, ich habe sogar schon jemanden gefunden, der sich drauf gesetzt hat. Boba Fett, der passt ja hier wie Arsch auf Eimer. Also von der Größe her, falls ihr noch solche Buildable Figures hier habt, die gibt es ja glaube ich mittlerweile nicht mehr von Lego oder die werden nicht mehr hergestellt. Aber wenn ihr welche habt und ihr wollt hier zum Beispiel eure Star Wars Figürchen mal ein bisschen hier auf ein Motorrad setzen, erinnert mich gerade ein bisschen an den Star Trek Filmen. Kennt ihr Star Trek Beyond, wo Captain Kirk da mit dem Motocrossrad am Ende völlig out of place da durch die Gegend fliegt? Ja, wieso nicht? Könnt ihr ja mal hier eure Star Wars Truppen oder auch die Helden ein wenig motorisieren. Passt auf jeden Fall größenmäßig. Und jetzt schauen wir uns auch noch mal das Bike hier ganz genau an. Und dafür nehme ich den guten Boba Fett mal runter. Hier kann man sogar schön seine Hände befestigen an den Lenkerstangen, weil das nur solche Technikachsen sind. So, einmal runter. Und dann kann der Kollege mal absteigen. Bitte nicht umfallen. Du kommst mal hier rüber. Und ich zeige euch kurz hier hinten die übrig gebliebenen Teilchen. Also wirklich nur ein paar kleinen Teilchen. Ansonsten hat auch kein Teil gefehlt. Das ist alles sehr, sehr gut. Und so sieht unser Motorrad dann im Endeffekt aus. Wir fahren mal rund. Ihr seht auf dem Ständer steht es echt gut. Und es gefällt mir. Also wie ich es mir gekauft habe, dachte ich nur, komm, ich nehme es mal mit. Kostet ja nicht viel. Einfach mal was anderes. Aber ich muss sagen, der Zusammenbau hat Spaß gemacht. Das Modell sieht gut aus. Es hat sogar Funktionen hier von dem Motorblock her, dass man hier sieht, wie die Achse sich dreht. Hier die Kette, die über die Zahnräder drüber läuft. Die Lenkung, die kann natürlich auch betätigt werden. Also der lässt sich voll lenken. Also ein schönes Ding mit den bedruckten Seitenpanelen hier. Macht einiges her. Aber hier hinten, ja der Auspuff, der schmilzt alles weg. Also da hat der Designer wahrscheinlich auch nie ein richtiges Motorrad zuvor gefahren. Aber ansonsten ein schönes Ding. Ein schönes Ding. Hier vorne haben wir noch das Schutzblech angebracht. Hier bedruckt. Auch das Schutzblech ist bedruckt. Und das kann man hier mit so einer Hinge Plate einfach dann auch in die richtige Position reinstellen. Ich nehme es jetzt hier mal runter. Stell es mal so hin. Und dann können wir auch hier unseren Ständer hochklappen. Und los kann es gehen hier mit der Fahrt. Hier sieht man noch mal schön, wie die Zahnräder sich mitbewegen, den Kettenantrieb voranbringen und dann hier auch die Zylinder hoch und runter gehen lassen. Schön. Von der Federung her hat eine gute Federung. Einmal hier hinten und einmal dann auch hier. Hier vorne. Wobei ich hier vorne, ja, also der federt schon gut. Aber hier vorne fühlt sich die ein bisschen, hm, ich sag mal, verbiegerig an. Also ein bisschen fragiler. Aber federt schön durch. Aber fahren würde ich jemals nicht wollen. Denn, ja, so richtig einen Sattel, den haben wir nicht. Auch hier der Tank von oben. Ja, da ist nicht wirklich viel verbaut. Also es ist halt ein Technik-Set. Muss man ganz klar sagen. Es ist ein Technik-Set. Dafür ein sehr schönes mit schönen Funktionen. Und das zu einem echt günstigen Preis. 15 bis 20 Euro werden hierfür veranschlagt, Freunde. Ich verlinke euch das Set hier unten in der Videobeschreibung. Kann man auch direkt bei Amazon kaufen. Und wer mal auf so einen schönen Sonntagnachmittagsbau Bock hat oder selbst so ein Motocrossrad fährt. Tolle Sache. Also echt tolle Sache. Macht's ruhig. Macht Spaß. Macht Freude. Und man kann's auch dank dem Ständer, so, einmal ausgeklappt, auch wunderbar dann später hinstellen. So, das wär's dann gewesen, Freunde. Mein erstes Motorrad, das ich hier von dem Hersteller D-Cool oder generell aus Klemmbaustein gebaut habe, ist vorüber. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, hier von verschiedensten Sets, die ich schon gebaut habe, wie dem großen Falcon, der Enterprise, R2-D2 oder hier die ganzen Creator-Autos mit Beleuchtung, dann klickt einfach mal in meine Playlist Lego, Lappin und Co. Da oben habe ich sie euch verlinkt. Da gibt's eine ganze Menge zu sehen. Und wöchentlich kommt da was Neues hinterher. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ami AppleCat. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.